Markus L., der Infokrieger, denkt, er sei Debatten-Sieger, wenn er jeden unterbricht, der nicht teilt die eigene Sicht. Markus heißt, dem Mars geweiht, Maus, der Kriegsgott, gern verzeiht, wenn sein Sohn die Gäste quält, den unterbricht, der grad erzählt. Wenn durch Zwang die Rede stockt, wird Meinungsvielfalt abgeblockt, wer verstummt, ist schnell Verlierer, wird politisch zum Sektierer. Dies geschieht meist aus Kalkül. Markus, ohne Mitgefühl, zieht die Unterbrechungswaffe. Ganz gewiß ist er ein Laffe, der im Auftrag anderer handelt, Fakten in Fiktion verwandelt. Welch eine Schande für die Zunft! Komm, Markus, bitte zur Vernunft! Verlass den Kreis der Maulhuren, wandle nicht länger auf den Fluren der Öffentlich-Rechtlichen, aga der Moralisch-Gebrechlichen. Setz dein Talent für die Wahrheit ein, es wird dir und anderen zum Segen sein. mit dem der Öffentlichkeit